Durch meinen handwerklichen Hintergrund und durch meine Kindheit im Handwerksbetrieb hatte ich die Möglichkeit, immer was ich brauchte, selber zu bauen. Was es nicht gibt, kann man auch nicht kaufen. Und so habe ich irgendwie die Hemmungen verloren, um die Grenzen zu sehen. Ich habe mir etwas vorgestellt und das, was mir vorgestellt hat, habe ich auch gelernt, um zu umsetzen. Und es gibt auch nicht wahnsinnig viele Leute auf dem Planeten, die sehr viel Erfahrung haben auf dem oder das überhaupt schon gesehen haben. Und so hat man wie keine Referenz. Ich wusste nicht, dass man mit so primitiven Mitteln eigentlich so zeitlose Bilder in Stahlauch haben, die man nicht auf dem Computer hat, die einfach beleuchtet werden. Sie werden entwickelt im Anhänger und sie kommen raus und sie sind so, wie sie sind. Oder und sie werden mit dem τους Sie werden gehört im Anhänger und sieossible zusammenarbeitet.